Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zur Sülze, das ist der Name unserer neuen Crew. Wofür das steht, das ist ein absolutes Geheimnis, könnte stehen zum Beispiel für super übertriebene Lachsnacken Zentraleuropas, aber was ihr davon haltet, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Mit dabei sind wieder Hanno, Papo, Sterzig und Gnu natürlich und ich gehe in der ersten Runde jetzt auf jeden Fall als Survivor rein, weil das eigentlich tatsächlich sogar meine Lieblingsrolle ist und mal schauen, was Hanno so liefert. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor ihm. Maschallah, du Liebste. Er ist ein bisschen ein Otto geworden, Digga. Oh nein, er ist der Killer. Ja, ja. Aber ich spiele einen Killer, von dem ich einen Nullplan habe, den ich auf Stufe 1 habe. Ja, ja und gleich liegen wir wieder alle auf dem Boden. Nein, aber er ist auch sehr schwer. Achso. Ja, nee Leute, alles gut, ich habe nicht den Perk, da kann ich euch alle mit einem Schlag töten. Genau, woher weiß er das, Digga? Digga, weiß er das, Digga? So, einmal Ready drücken, Gnu. Ja, Gnu. 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 Oh, Gnu wie du, ich wäre so gern wie du. Oh, du. Ich möchte gehen wie du, stehen wie du. Oh, Gnu wie du. Oh, Gnu wie du. Oh, Gnu wie du, das ist ja voll. Gnu wie du. Gnu wie du. Ich muss wirklich an diesen Balou denken, wie er so richtig an den Baum, so sein Ass ratscht. Oh, Gnu wie du, die Ferse, Gnu wie du. Gnu wie du, oh, oh, oh. Fühl ich. Nehme ich an. Aber mit deinem Namen kann man so viel machen, ne? Es ist, äh, klingt das jetzt auch gerade auf Social Media in der Zeit, richtig viel mit. Richtig nice. Ja, wo das saftig weg ist, da tun sich die Leute austoben. Aber wir dürfen unseren kleinen Kalimero nicht in der Gruppe vergessen. Kalimero. Kalimero mit Sombrero. Oh, wir sind sehr froh. Ja. Der stellt sich nicht unser kleines Kücken, oder? Ja. Ist er unser kleines Kücken? Kücken. Krücken. Da möchte ich mich gerne. Du hast gleich Krücken. Weil ich hack dich in Stücken. Nicer Flow. Dann musst du dich bücken. Ich muss mich dann bücken. So. Auf der Map stechen dich die Mücken. Auch du Häfen schrotterst. Ich muss noch ordentlich ne Wurst abdrücken. Achso. Perks habe ich euch übrigens von mir am Anfang schon gezeigt. Jetzt ist die Kamera da drüber. Das bedeutet, wir haben jetzt alles mal auf die andere Seite geschifftet, damit ihr mal seht, wer gerade am Haken ist. Oder richtig am Ausbluten ist, ne? So. Ja. Hallo. Alter, Max. Du bist übel die Hässliche. Danke. Übel die Hässliche. So, ich bin am Haken, Leute. Alter, das ging fix. Ja. Aber erwartungsgemäß. Wer holt ihn? Er ist jetzt... Soll ich mal Christo campen? Genau, campen bist du dort. Er ist noch bei mir. Camp der? Nee. Hallo. Er ist unsichtbar. Nein, noch fertig. Alter, Bruder. Nee, du bist ja echt übel hässlich. Richtiger Speedrun. Sieht aus wie nach dem Baden. Wir sind noch von Max gesagt, er kann den nicht. Läufst du auch genauso? Lass mich den doch... Oh, oh, sie kommt, sie kommt. Also, es gibt einen Unterschied zwischen Fähigkeiten nutzen und können. Also, weil er... Was bist du denn? Hässlich. Hallo. Alter, Max, du bist ja... Schlitz. Hä, der Nächste liegt schon wieder. Was ist hier los? Schon wieder Papu. Papu ist ja schon tot, Bruders und Schwesters. Ja, ich kenn ihn. Nein, ich kenn ihn nicht. War ein Blick. Hä, du, du kleiner Fachleger. Was ist da los? So. Was soll denn das jetzt? Kno, komm mal mit. Alter, du hast irgendwelche Nackenprobleme, oder? Kann das sein? Ja. So, ich würd' dich jetzt kurz einmal... Bist du dir sicher, dass du das willst, Kalle? Nein, bitte nicht. Ich bin so ähnlich. Ach, Mensch, du. Fui. Ah! Ey, du bist so ne... Alter, was bist du für... Warum bleibst du denn hier? Was bist du für ein Gabafreak, Alter? Oh ne Scheiß. Warum selbst du hier? Alter. Dann würdest du erst mal aufschlagen, du kleiner Fachleger. Boah, Alter, die Haare, ne? Wie viel Haarschmeid. Drei wetterthaft. Oh mein Gott. Oh shit. Alter, du wirst richtig Angst einflößen, Bruder. Danke. Jungs, holt mich mal vom Haken, bitte. Knuse. Nein, lass mich liegen, bitte. Lass mich liegen, bitte. Lass mich liegen, nacheim. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen, ne? Vor allem dein Bein ist abgestreckt, ne? Die Malkalle. Ja, das juckt ein bisschen. Abartig, ey. Alter, Papo rennt genau in die... Der Kuss hat geintet. Ich wollte den Haken abbauen. Ich wollte den Haken abbauen. Das Problem ist nur, ich kann dich hauen und du was hört. Voila, so dumm. Ich muss sagen, Hello, bekommen sie jetzt in den nächsten Durchlauf Killersperre. Ja, aber ich hab den wirklich noch nie gespielt, aber der kann so... Der ist so ähnlich wie die Schwester, Digga. Tschüss, Leute, ich bin raus. Ja, ähm, sonst noch? Ja, ja, ist scheiße gelaufen. Bis jetzt aber alles in Ordnung. Wir haben ja schon einen Jen. Das Ding ist mir normalerweise begegnen. Ich geh jetzt halt rum, ich bekomme von den ganzen Hackmack gar nichts mit und ich... Lass uns kurz die Kiste öffnen, bitte. Ich muss kurz diese Kiste öffnen. Ich hab ein Geschenk für dich, warte. Ich zeig's dir, Moment. Wie du da wartest. So. Ähm. Guck mal, ich befummel mich vor dir, warte. Ist das gut? Gefällt dir das? Ist das gut? Hallo. Das ist wahrscheinlich so schrecklich, dass er weggegangen ist. Nee, ich find dich echt unsympathisch. Da hau ich gegen. Scheiß Technik. Hallo. Nun, lauf doch weg. Ich will... Ich wollte aber mich nochmal vor ihm befummeln. Er mag es so irgendwie nicht. Aber er ist doch schon lange weg, Bruder. Dann befummel ich halt jemand anderen. Nicht so husten, mein Kleiner. Hast ja einen ganz verspannten Nacken. Oh, das liegt alles an meiner Fluppe. Aber ey, ich hab mal auf zu rauchen, Mann. Ey, ich kann einfach nicht aufhören, weißt du? Das ist ja schrecklich. Ich kann einfach nicht aufhören. Calling, cacke. Du bist ja fern, ich hab, du bist weiter in deinem Leben. Nein, Leute, wir machen jetzt einfach weiter hier. Ja, ohne Scheiß. Ich glaub, wenn wir einfach weitermachen, lässt er uns auch in Ruhe. Ne? Ne? Nein! Ey, was? Das ist so geil. Ich hab' gevertraut. Wo jetzt? Ne, ich einfach die ganze Zeit nicht aufs Maul bekomme. Alle sterben. Jetzt regen wir hier alle rum. Genuuh. Nein! Der Einzige, der die ganze Zeit stürmt, Serius. So. Ey, Kalle, das wollen wir rummachen? Ja, klar. Ja, klar. Oh, ich hab, oh, ich hab, irgendwie, ich bin in dir. Wie, wo, Kalle? Oh, du bist ja ehrlich. Oh, lecker. Oh. Kommst du mit deiner Hand an meine Zigarette? Na klar. Kannst du mal anmachen, wie's aus? Ich versuch's. Okay. So. Nur, du bist unsere letzte Hauptnung, Anna. Er spielt mit mir. Warte mal, Hanno, darf ich die Kiste da öffnen, bitte? Bitte. Ich hoffe, ich so anzuschauen. Bitte. Du hast ja eh schon mich. Du tötest mich ja eh. Finde Hilfe steht bei mir. Finde Hilfe. Steh mal auf und hilf mir. Okay. Stop. Hier zum Hilf. Was? Was ist da drin? Es ist ein Werkzeugkasten. Es ist ein Werkzeugkasten. Yo. Ich hab einen Werkzeugkasten. Wieso? Nein, 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 nein. Nimm doch Stärzig, der liegt da noch. Alter, du bist so eklig. Findest du mich hässlich? Nein, ich find dich wunderschön. Oh, Alter! Ah! 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 Ich würd mal gern den Incant Kill sehen. Wie es aussah! Ah! Heno, mach mal den Incant Kill für mich. Ah! Ich will den mal sehen am Sterbziden. Oh, der hat sich wegzilemoniert. Ich will da mal zuschauen. Oh mein Gott. Er blutet aber doll. Komm schon, du? Nein! Es ist du, komm schon! Ah! Ah! Schnell, heb mich auf! Ah! Dein Arm ist in so ein paar Teile geteilt. Ah! 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 Oh! Mann! Ah! Das passiert jedes Mal, ey. Ich hab dir schön in den Arsch gepackt. Ich wiggle jetzt voll dein Ass weg. Sag mal, wie oft wollt ihr noch failen? Wie oft willst du noch Killerspielen und uns erniedrigen? Ja, echt? Achso, nee. Ich hab die ganze Zeit so einen Sound bekommen. Ich glaube, es war ein Dings, wenn ihr irgendwo rüberspringt. Wer ist denn hier drin? Hallo? Noo? Blut ist im Schuh. Hallo? 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 Da hängt ja schon wieder ne Sterzig rum. Mann, Mann, Mann. Warte! Nein, lass mich doch rüber machen. Ich will nur die Palette zerstören, Digga. Weißt du, es ist so erniedrigend, weil er spielt halt eh nur mit uns. Ich spiel mit unserem Essen, wollte ich schon sagen. Mit seinem Essen. Ich spiel mit Kalles Essen, Digga. Und ich pimp dein Essen. Und ich pimp dein Essen, Alter. Komm, Kalimero, ich mach dich kurz. Warte, warte, warte. Der weiß doch eh, wo wir sind. Nein, weiß er nicht. Der weiß das immer irgendwie. Der hat wallhackt. Seit Folge 1. Seit Folge 1. Und hackt uns. Ja, ich muss mich um das Küken der Runde kümmern. Hallo. Mann, das gibt's noch nicht. Also, ab sofort, Henno bekommt Killersperre. Du bist so hässlich. Killersperre. Wie so ein Käuscher ins Gürtel, ne? Ja, er bekommt die Killersperre. Und die wird erst geknackt, wenn es 30.000 oder 50.000 Daumen nach oben geht. Alter, 50.000 Daumen nach oben. Jetzt oder nie, Leute. Zeig mir, wo die sind. Zeig mir, wo deine Freunde sind. Okay, ich fühl dich hin. Ich sag mal. Wie willst du haben? Kalle oder Gnu? Gnu. Nein. Nee, Kalle, Kalle. Nein. Wie du einfach aufhörst. Alter, sterz dich, verpiss dich. Verpiss dich! Verpiss dich! Du miss it! Du bist so ein Opfer! Jetzt komm du. Ey, mich wollt ihr nicht. Ich wollt ihr nicht. Du wolltest mich gar nicht. Aber du solltest mir doch keine zeigen. Ja, ich seh keine auf dem Map nicht. Dann stirbst du. Okay. Hm. So. Das klingt fair. Ach, so ist der Ort. Ja, aber ich bin schon tot. Oh, scherzig, jetzt bist du auch los. Oh nein. Wir kommen bei den Minder... Äh, den zurückgefliebenen, Digga. Bei den Minderwertigen. Bei den Minderwertigen. Ja, Minderwertigen. Das wollte ich nicht. Bei der Minderwertigen Sülzen, Leute. Was sagt der Typ bei... Was war das Big Brother oder so? Jetzt bin ich wieder hier bei den... Azis. Was hat er gesagt? Nein, 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 Digga. What are you talking about? Hallo, Digga. Hallo, Digga. Hallo, Digga. Ich hoffe, mich zu zeigen mit deinem nackten Finger. Kalle, such jetzt die Klappe da. Warte. Mach mal bei mir den Instagram. Ist sie schon da? Hab ich nicht. Die spawnt... Ich glaub, die müsste jetzt schon gespawnt sein, ja. Ich glaub, wir haben nur noch zwei Leben spawnt die. Und bei einem geht's dir auch. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wann die Luke gespawnt. Das mean. Zeig mir, wo Kalle ist und lass dich gewinnen. Oh, und like bei dem Subscribe-Kommentar. Ja, subscribe mein Kommentar. Kalle. Kalle. Ja. Lass dich mal töten. Ich will dir helfen. Ich will dir helfen. Ich will dir helfen. Lass dich mal töten. Kalle, ich will dir helfen. Wobei. Oh, Kalle, du siehst wen. Ja, ich seh genug. Ist das schlimm? Nein, das ist voll schön. Kann ich dir irgendwie helfen? Wobei. Du willst mich immer helfen, aber wobei. Beim Regeneratoren machen vielleicht. Bei Regeneration. Bei Regeneration. Regeneration. Oh, oh. Ich muss auch ehrlich gestehen, mich interessiert der Instant-Kill von dem Mörder extrem. Hm. 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 Hier, der am Boden liegt. Und der dann... Hm. Ich hör schon, dass er das Herz fragt. Jetzt kommst du direkt zu mir und probierst es dann ja auch. Einfach der Horrorfilm, Kalle. Hm. Nein. Aber du hast mein Ding gesehen, oder? Mann, scheiße. Oder? Ich hab dein Köppchen um die Ecke baumelt sehen. Oh fuck. Adi, der Kolundi. Oh Allah. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh, nein. Oh, nein, 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 nein. Oh nein. Oh, nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah, ist das schön mit euch zu zocken. Ja. Hä? Wo ist er hin? Ist das schön mit euch zu zocken? Ist er... Ich hab euch... Hallo. Na gut, der meint jetzt durch. Oh, scheiße. Kallik... 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 Ha! 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 Lass mich hier ran. Wo ist Kalle hin? Ich hab mich gebraucht, bin ich im Spiel. Kalle ist einfach weg. Wo ist Kalle hin? Oh. Nein, da bin ich gar nicht. Mann. Ey, lass uns ne Wette machen. Okay. Ähm. Zwei. Also. Eins. Ja, warte mal. Warte mal. Ich wette. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Was klebt denn noch? Soll ich dich mal kitzeln? Genug. 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 Hör auf zu campen. Ich wollte dich kitzeln. Hat das nicht geklappt? Hat nicht geklappt, ne. Bist du nicht kitzelig, Calle? Nee. Nee, ich bin nicht kitzelig. Pusten Sie, Jasmin. Die Luke. Die Luke. Die ist noch nicht gespawnt. Oh. Du suchst ja gar nicht die Luke. Ich hab mir schon irgendwie eklig, wie du dahinten stehst und anhältst, weil du mich auch ziehst, weißt du? Wollen wir ein Revolver-Duell machen, Jasmin? Ja, okay. Ich bin richtig frustriert. Ja, okay. Okay, zieh. Woran? Alter! Das ist ekelhaft. Oh mein Gott. Nu ist MVP. Das ist ne gute Folge bis jetzt, glaub ich. Alter! Okay, wollen wir ne Wette machen? Wenn ich dich hier reinhänge, stirbst du. Nee, ich wette dagegen. Na gut, dann leg ich dich ab. Oh. Oh. Gnu, rette mich. Wieso denn? Abba. Gnu, rette mich schnell. Halt dich mal hoch. Oh Mann. Bitte. Bitte rette. Bitte rette. Gnu, das hab ich geholen. Nein! Hey, du darfst mich nicht holen. Pass auf! Oh, hier ist die Luke, Jasmin. Schlipp, schluck. Schlipp, schluck. Wie er so zugrofft, wie er da steht und einfach guckt so. Lauf, schnell, lauf. Oh nein. Oh nein! Wieso mich? Wieso mich? Wieso mich? Jasmin, da ist die Luke. Los, öffne die. Öffne die. Öffne die. Kann ich so nicht tun. Töten hier. Pössi, mach instant. Kalle. Es ist ja auch nicht entscheidend. Es ist ja auch nicht entscheidend. Komm, wir machen dich wegschluck und renke Kind noch rein, ok? Alter! Das ist mein Fehlartiger. Die passt so gut zu Max eigentlich. Ja! Diese Bewegungen, ey. Mach mich richtig nervös, so. Wie geht jetzt die Luke auf? Gar nicht, ne? Sie geht erst auf, wenn einer noch tot ist. Ja, deswegen hab ich Schnick-Schnack-Schnuck auf. Kalle, stell dich wie ein Mann. Ok, Kalle. Du musst jetzt gegen Gnu, Schnick-Schnack-Schnuck spielen. Und wer verliert, stirbt. Die anderen kommen. Hallo, Kalle. Ok, ich geh jetzt zu Gnu und spiel Schnick-Schnack-Schnuck. Lass mich da hingehen. Lass mich da hingehen. Lass mich da hingehen. Komm zurück und stell dich wie ein Mann. Ok. Ok. Bei drei sagen wir, was wir wählen, ok? Ok. Nur Schere, Stein und Papier, ne? Ja. Zwei. Eins. Null. Papier. Stein! Oh nein! 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 Aber warte, dann hat ja Kalle gewonnen. Nein! 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 Hä? Du hast Papier genommen, Kalle. Nein! Nein, sie hat Papier genommen. Ok, dann stirbst du. Jasmin, du kannst in die Luke krabbeln. Geil. Endlich was. Alter! Ich hab sogar extra gewartet, alter! Oh nein! Oh nein! Die geht nicht mehr auf. Ich könnte dich so reinlegen. Die geht nicht mehr auf, die ist zu. Doch, die geht auf. Die geht jetzt auf, wenn ich gleich weg bin. Oh ja, schmeiß mich rein! So, ich tu dich jetzt in den Hexenofen. Das muss Kalle noch sehen, finde ich. Ja, zuschauen, jetzt seh ich's. Ich tu dich in den Hexenofen, in dieses tiefe Loch. Jaaa! Easy Ronda! Easy! Easy, Alter, schäm dich! Ich hab sofort das blau geschlagene Auge hier, mein Charakter. Ich hab ganze 2000 Punkte vor das Match bekommen. Das ist nicht so viel. Aber ich finde trotzdem, es war eine sehr, sehr runde Runde. Kalle so richtig realistisch. Das ist nicht so viel. So, Freunde! So, Freunde! Genau. Alter, das ist 2020. Das ist richtig bad. Ähm, ja. Schreibt doch in die Kommentare, wofür Sülze steht. Abonniert alle fünf Kanäle, Bruder und Schwester. Alles wieder Kanal. Und, äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Nächste Folge gibt's wieder bei Henno, ne? Tschüssi Koski. Adieu, Monsieur. Okay, tschüss.